Wir sind heute in der Neuroradiologischen Abteilung der Asklepios Klinik Nord in Heidberg und ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Herrn Dr. Hesselmann und Amity Spurian vom Asklepios Campus Hamburg. Es geht um Yves. Yves ist eine KI, eine Entwicklung, die hier zwischen Medizinerinnen der Asklepios Klinik Nord und Studenten stattgefunden hat. Was kann Yves oder was steckt dahinter? InterEV steht eine Softwareinitiative, die auf künstlicher Intelligenz beruht und basiert auf einem Forschungsprojekt, was wir 2018 schon unter Zuhilfenahme der Joachim-Herz-Stiftung in Hamburg begonnen haben. Wir haben hier einen Algorithmus entwickelt, mit dem man automatisiert CT-Perfusionen auswerten kann und das dient dazu, in der Notaufnahme frühzeitig zu erkennen, ob Patienten durch eine interventionelle Maßnahme bei Schlaganfall behandelt werden können. Sprich, das verschlossene Gefäß wird wieder aufgemacht und da führt man vorher eine Bildgebung durch, bei der man die Durchblutung überprüft. Und dieser komplizierte Auswerteschritt, der soll dann automatisiert durch künstliche Intelligenz realisiert werden. Wie kam es zu der Idee oder wie kam die Medical School, die Studenten damit rein? Die Initiative ging von dem Asclepius Campus Hamburg los und die Universität hatte damals einen KI-Workshop für uns StudentInnen angeboten und in dem Rahmen konnten ChefärztInnen wie Dr. Hesselmann Lösungsansätze und Probleme aus dem klinischen Alltag vorstellen und man konnte in Arbeitsgruppen eben an möglichen Lösungen auch mit KI arbeiten. Und daraus entstand eine Kooperation mit Professoren und Studenten und eben im Anschluss auch IT-Studenten aus der TU Harburg und daraus entstand unser Projekt. Die Software heißt jetzt EVE oder die KI, wie man heutzutage sagt, heißt jetzt EVE. Wann ist die marktreif oder wann ist sie soweit entwickelt und programmiert, dass sie dann auch ausgerollt werden kann? Also unser Ziel wäre es erstmal ein Prototyp zu entwickeln. Das werden wir wahrscheinlich Mitte 2024 realisieren können. Dafür brauchen wir nochmal Unterstützung von einem namhaften Entwickler, Softwareentwickler, ein namhaften Institut hier im Hamburger Norden, da sind wir gerade dabei, die entsprechenden Verträge vorzubereiten. Und dann können wir erstmal mit dem Testprototyp rechnen, mit dem wir dann eben in unserem Netzwerk arbeiten können. Und zu einer wirklichen Marktreife haben wir so in diesem Workshop nochmal eine Zeit von zwei Jahren festgelegt, ungefähr. Also rechnen wir 2025 wirklich, wenn wir bei dem Projekt bleiben und es weiterentwickeln können, dann auch mit dem marktreifenden Produkt. Wird KI irgendwann dann die Radiologen, die Neuroradiologen ersetzen, also den Faktor Mensch und alles läuft über KI in der Diagnostik oder hat das eine Grenze? Also wir erleben da ganz viele neuere Tools und Anwendungen, die bei uns natürlich groß angeboten werden in der großen Vielfalt. Bis jetzt ist es so, dass Sie einzelne Fragestellungen sehr gut bearbeiten können. Das ist immer noch ein Problem der Generalisierbarkeit. Also wenn man mit einem Patienten ankommt, der ein gesundheitliches Problem hat, beispielsweise einen Schlaganfall, dann kann er sehr, sehr viele Diagnosen haben. Noch schlimmer wird das dann in der allgemeinralorischen Diagnostik, beispielsweise im CT-Abdomenbereich, in der Akutdiagnostik. Da kann die Künstliche Intelligenz auch einzelne Fragen bearbeiten. Es fehlt immer noch die Gesamtübersicht. Also man wird einzelne, vielleicht auch lästigere Auswerteschnitte mit der Künstlichen Intelligenz eben verarbeiten können und auch den ganzen Prozess erleichtern können, den Workflow im Prinzip. Aber es wird nicht zu einem zeitnahen oder mittelfristigen Ersatz der Radiologen oder Radiologinnen kommen. Damit ist erstmal nicht zu rechnen. Das freut alle Medizinstudenten, gehe ich mal von aus. Ist es eine Investition in die Qualität oder in die Sicherheit der Befundung und damit ein zweites Sicherheitsnetz oder wird es noch ein bisschen mehr? Auf jeden Fall. Also die Aufnahme dieser digitalisierten Verarbeitungsschritte, die erhöht die Sicherheit, die Patientensicherheit. Deswegen ist es gut, dass wir auch da so nah dran sind, sowohl im klinischen Bereich als auch im Forschungsbereich, Asclepius aktiv ist, denn die Masse der Daten, die immer größer wird und immer mehr zeitkritisch eben ausgewertet werden muss, möglicherweise dann auch zentralisiert, die setzt eben voraus, dass man zum Beispiel wichtige Patienten diskriminieren kann und bevorzugt auswerten kann, da ist die Künstliche Intelligenz stark. Natürlich im Erkennen dramatischer Krankheitsereignisse sind die Künstliche Intelligenz stark und da werden wir sie brauchen. Für Studenten ist das attraktiv, als zusätzliches Instrument mit KI zu arbeiten oder macht es das noch nicht aus? Absolut. Künstliche Intelligenz ist ja auch in vielen anderen Naturwissenschaften schon Teil des Curriculums und auch essentiell, um in der späteren Zukunft Fortschritt entstehen zu lassen. Und für uns StudentInnen ist das eine ganz tolle Möglichkeit, eben da reinzuschauen und eben auch spätere Hilfsmittel zu sehen und einen kleinen Überblick auf die Zukunft. Keine Angst vor Technik. Genau. Super. Ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Gerne. Auf unserer Seite. Das ist heute. Ich will es Ihnen, oder? Du bist! Ja, ich will es Ihnen, du bist! Ich will es Ihnen. Ich will es Ihnen. Ich will es Ihnen.